Okay, das war's. Jetzt sind wir in Sicherheit. Fahr, fahr, fahr! Schneller, fahr schneller! Hey! Hilfe! Lass uns rein! Lass uns rein! Lass uns rein! Ist ja mal was Neues. Mach das Tor! Lass uns rein! Hallo! Claire, wir haben die Jungs über die Kameras entdeckt. Sie nähern sich dem West-Tor. Ich warte dort auf die beiden. Okay. Bleiben Sie dann dort. Ich bin auf dem Weg. Bleiben Sie einfach bei Ihnen. Hey! Ding rauf! Schnell! Ladies und Gentlemen, aufgrund einer Sicherheitsstörung müssen sich alle Gäste unverzüglich in den Innenbereich bewegen. Ladies und Gentlemen, aufgrund einer Sicherheitsstörung müssen sich alle Gäste unverzüglich in den Innenbereich bewegen. Aufgrund einer Sicherheitsstörung müssen sich alle Gäste unverzüglich in den Innenbereich bewegen. Aufgrund einer Sicherheitsstörung müssen sich alle Gäste unverzüglich in den Innenbereich bewegen. Ja! 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 Alleinrechtenstellung beziehungsweise sechs Befallungsgeschaffte ein. Auf gar keinen Fall scharfe Munition verwenden. Ich wiederhole, keine scharfe Munition. Geht's nicht mehr, Mann, Stehe! Hey! 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 Grey! Steht da nichts an, Romeo? Ja, ja, ja! Ja! Ja, ja, ja! Weg, da, en la luz! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ich bin der Kuss. Yay! Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Nein, bitte! Ah! Ist das unsere Tante Claire? Oh, da sind sie! Zack! Ray! Oh Gott, Gott sei Dank! Was ist passiert? Was hast du da? Geht's euch gut? Wo wart ihr denn? Wieso seid ihr einfach abgehauen? Ich hab mir solche Sorgen gemacht! Wer ist denn das? Wir sind Kollegen! Hey! Wir müssen los! Okay, kommt mit, kommt! Und? 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 Und?